Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich auf den Wunsch einiger Zuschauer mit euch mal die Registrierung in der Senec App für den Batteriemodultausch durchspielen. Ich hatte euch ja schon in einem vorherigen Video darüber informiert, dass die Batteriemodule bei Senec ausgetauscht werden und dass dieser Austausch beantragt werden muss und dass dieses nur in der App geschehen kann. Das heißt, schaut regelmäßig in eure Senec App. Die App wird euch darüber informieren, wenn ihr euch für den Modultausch registrieren könnt. Sollte das der Fall sein, poppt über den ganzen Bildschirm der App eine Information auf. Dort klickt ihr dann drauf und dann seid ihr schon in der Registrierung angekommen. Wichtig, wenn ihr die Registrierung im Moment nicht durchführen könnt, könnt ihr diesen Prozess auch unterbrechen und dann in den Einstellungen wieder neu starten. Ich spiele einfach mal den Prozess hier mit euch durch und wie ihr seht, befinden wir uns hier schon auf der ersten Seite der Registrierung. Die erste Seite ist mehr eine informelle Seite, das heißt, hier bekommt ihr nochmal einige Grundfragen beantwortet. Hier sind auch einige der häufigsten Fragen nochmal aufgeführt. Diese könnt ihr euch hier nochmal durchlesen, um hier eventuell nochmal einige Dinge abzuklären. Dann scrollt ihr bitte nach unten und ganz unten auf dieser Seite findet ihr eure Anlagendaten. Bitte prüft diese Daten sorgfältig durch. Das heißt, ihr seht, welches System hier verbaut ist. Ihr seht die Seriennummer und ihr seht die Speichermodule. Hier könnt ihr nochmal überprüfen, ob das alles stimmt. Wichtig, es sollte alles stimmen. Ist das nicht der Fall, müsst ihr hier den Senex-Subort kontaktieren. Denn wenn hier falsche Daten vorliegen, könnte das eventuell dann zu massiven Verzögerungen beim Speichertausch führen. Auf der nächsten Seite müsst ihr nun eure Telefonnummer eintragen. Hier gab es auch einige Probleme, die mir von einigen Zuschauern berichtet wurden. Wichtig, beim Eingeben der Telefonnummer achtet ihr bitte drauf. Eure Telefonnummer beginnt in der Regel mit einer Null. Diese lasst ihr bitte weg und ergänzt diese durch die Länderkennzahl. In Deutschland wäre das ein Plus und die 49. 40. Auch wichtig ist es, die Telefonnummer hintereinander wegzuschreiben. Bitte verwendet hier keine Sonderzeichen, Trennstriche oder Leerzeichen, denn dieses könnte zu Problemen führen. Hier hatten mir einige Zuschauer berichtet, dass dann das Formular nicht mehr abgesendet werden konnte und es kam dann eine Fehlermeldung. Haben wir die Nummer nun ordnungsgemäß eingetragen, gehen wir zum nächsten Schritt. Im nächsten Schritt wird nun geprüft, ob ihr ausreichend Platz für den Wechsel oder für den Modultausch habt. Das heißt, hier werdet ihr gefragt, ob das Gerät ordnungsgemäß an einem Platz steht, wo man dann dementsprechend auch vernünftig arbeiten kann. Beantwortet bitte die Frage und gebt hier alternativ noch einige Fotos mit hinzu von eurer Anlage und von der Umgebung der Anlage. So kann sich der Techniker besser auf den Modultausch vorbereiten. Haben wir dieses gemacht, gehen wir zum nächsten Schritt. Im nächsten Schritt im Prinzip nochmal dasselbe. Hier geht es aber um die Erreichbarkeit des Speichers. Das heißt, wenn hier der Techniker irgendwelche Treppen überwinden muss, irgendwelche Durchgänge oder dergleichen, müsst ihr dieses hier bitte auch angeben. Und alternativ wäre es natürlich auch sinnvoll, hier von diesen Objekten nochmal einige Fotos hinzuzufügen. Das hilft dem Techniker und dürfte dann dementsprechend auch den Prozess deutlich beschleunigen. Als nächstes kommen wir nun zu den Austauschbedingungen. Hier auf dieser Seite könnt ihr euch das Formular oder mehr zu sagen das PDF der Austauschbedingungen herunterladen. Macht das bitte und lest diese bitte ordnungsgemäß durch. Wenn ihr hier irgendwelche Fragen habt oder noch wichtiger, wenn eventuell eine Klage im Moment am Laufen ist, das heißt, ihr habt vielleicht euren Monteur oder Sennig direkt verklagt, solltet ihr hier bitte erstmal Kontakt mit eurem Anwalt aufnehmen und diesen Fragen, ob ihr überhaupt diesen Modultausch durchführen solltet oder nicht. Diese Frage kann ich euch allerdings nicht beantworten. Das kann euch hier wirklich nur individuell euer Rechtsbeistand erklären. Dann kommen wir zum letzten Schritt. Im letzten Schritt bekommen wir nochmal eine Registrierungsbestätigung. Hier könnt ihr nochmal alles auf Richtigkeit prüfen. Und ganz wichtig, ich empfehle euch auch zwingend hier einen Screenshot von zu machen und diesen dann dementsprechend zu speichern. So habt ihr auf jeden Fall nochmal einen zusätzlichen Nachweis, dass ihr auf jeden Fall diese Registrierung ordnungsgemäß durchgeführt habt. Als letztes bleibt euch nur noch jetzt auf dem Modultausch zu warten. Wann dieser stattfinden wird oder wie dieser stattfinden wird, kann ich euch hier nicht beantworten. Das hängt von Sennig und von den verschiedenen beauftragten Monteuren ab, wann diese euch dann in der Liste haben und wann diese dann bei euch vorbeikommen. Wann genau das sein wird? Wie gesagt, Sennig gibt hier Spielräume an, die bis 2025 reichen. Und das wird wahrscheinlich dann dementsprechend auch ein realistischer Wert sein. Ich gehe davon aus, dass der Modultausch bei vielen wahrscheinlich erst Ende 2024 oder Anfang 2025 durchgeführt wird. So, damit bin ich auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch hier wieder mal einigen oder einen hilfreichen Tipp geben und die Frage ordnungsgemäß beantworten. War dem so, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert ihr einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Ich sage mit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.